Ah, grüß jetzt immer. Mal ja, dann mal bitte kurz hier reinkommen, oben auf dem... Autsch. Kleinen Vorsprung, liegen noch Steine, die ist mein Inventar schon wiederfalls zum Heulen. Kadex, gehst du mal zum Negro? Ja, was, was, ja? Dann, dann mal gleich mal kurz mitkommen. Ich muss erstmal schnell meine Energie vom Anzug füllen. Die meinen Carrier hol ich noch. Und da oben liegen noch Steiner. Ja. Kannst du mal bitte runterholen? Jee, beim Mütter tötert hat es gerade. Echt hast du Grenzen auf? Hm. Ich habe alles dicht gemacht. Hm. Kann ich nicht. Okay, ich kragen. Ich darf dann noch erstmal wieder meine Rechen auseinanderbauen, weil ich das Laufwerk wieder einbauen muss. Oh. Hm. Habe ich heute wieder gekriegt. Ist, ist auch geil. Der wollte von meinem Laufwerk haben, ne? Für, für Spiele installieren und so. Was passiert? Der hat gar kein Kabel für den Monitor. Okay. Passt, ne? Ne, liegt noch in. Warte mal. Warte mal. Ne, ne. Den hau ich jetzt runter. Ach, so. Der ist unten. Ach, da ja. Der ist unten. Ach, da ja. Antenne Anzeige, zwei Motoren, zwei Computer, eine Erschlusskombierende, drei noch und Anzeige. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe aber mein Schlausblöckl hier. So ist es ja nicht, ne? Ey, das ist nochmal dasselbe Schiff? Wie geil. Und zwei. Und zwei sind 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 drei. Jawoll. Und drei wäre, ja? Oh, das hat kein, kein Uralen Erz bei sich. Dafür insgesamt 20 Uralen bauen. Ach. Gut, dass es schon verarbeitet ist. Nein. Gatling Geschütz mache ich aus. Man weiß nie bei dem Ding. Oh ja. Gute Motor und Anzeige. So, dann zwei Motoren. Dann zwei PC's. Dann ein Komponenten-Dings da, Kirschenhausen. Ich sagte eins. Ja. Seht ihr das Ding wenigstens jetzt auf euch drauf zukommen, oder? Wieder? Ähm. Ja. Nein, das fliegt wieder weg. Okay. Also, ich bin mit dem Ding nur noch 3.800 von euch entfernt. Bin ich duof? Bin ich doof? Achso, Station, ja klar. Ach, bin ich beklärt. So, da sind's 39, von denen, Rohre sind's, 20, 37, hab ich, Steuerung, hatte Lust am und noch mal rausrennen, ach nein, ich kann bei dem Spiel gar nicht fett werden, so öfter ich hier rumrenne, nein, ach, dort baust du gerade ein Schiff, gut, ich gerne das andere 20 Stahlrohre, dann die Panze, 37, wenn ich richtig gerechnet hab Und 39 Komponenten noch, wenn ich richtig gerechnet hab Wenn nicht, war's der Praktikant, die sind's da immer Nee, ich hab's sogar richtig gerechnet, cool Okay, da war's doch du Ja, Mathe und Negros sind, die, die passen einfach hin Braucht ihr viele Stallplatten? Momentan noch? Nee, denke ich mal Das wär schon ins Team angeschrieben Klasse Weil, da könnten wir nämlich mal eins, zwei Mann grad helfen, mal kurz Ja, ich bin da Äh, bloß die Stallplatten nehmen Sind das Stallplatten? Im Ding, ja Äh, Stallplatten nehmen und mal rein in den Cargo Container schaffen Ich brauch ein paar Wird's doch gut eigentlich machen Mach ich Wird's guckst du? Das ist ein Loch Naja, das geht doch noch weiter runter jetzt gleich, keine Panik Ich hoffe, der mit dem Asteroid ist, ist noch dick genug, dass ich dann hier unten rauskomme Naja, wir müssten unten ja sowieso noch einen Hangar bauen, ne? Jaaa Zugriff verweigert Ah ja, stimmt, warte mal Ah, das ist das immer wieder vergessen Fraktion, nee, Kontrollfeld Zu niemandem transferen So, jetzt dürfte es klappen So, jetzt dürfte es klappen Einmal frei Oh, jetzt bin ich Oh, jetzt bin ich Ich bin nicht tot Was, du bist tot? Ja, wir sind... Okay, bei mir stehst du jetzt wehmer da Da muss den... Ich hab nix dabei, ist ich Ich hab nix, ne? Ja So... Ja, ja Sehr cool Sehr cool Was denn? Ich kann grad auf meiner Leiste hin und her switchen Ach, okay, ich hab kein Werkzeug mehr Hm? Die hab ich in den Korro-Container geholt Ufff Hey Hehehe So cool Du duuut Das lockt auch an, weil in dem... Schiff auch noch mal Werkzeug drinnen wo Nein Nein Doch, doch Jaaa Doch, gar nee, obwohl es drinnen wo Tch 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 So los, du wirst erstmal von Anfang reichen Jetzt nehme ich wieder einen Bohrer Händebohrer Kannst du dann gleich mal zwei Stahlrohre mitbringen und die Treppe nochmal reparieren? Wäre sehr sehr freundlich von dir An was? An was? Zwei Stahlrohre und die Treppe nochmal ganz bitte reparieren Die hab ich irgendwie grad beschädigt Kleiner oder groß? Kleiner Kleiner Magst du Titzmann? Ne Ich bin grad am Schiff Warte, 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 warte Stahlrohre Tch so warte wahrscheinlich mit dem oh schon lehrt das ding da war klein hilo? hab ich das nicht gesagt? soo mal kann ich den Stein hier weg machen und weiter holen auf gehtet zum abbauen was baust du denn ab? na hier das schiff was schon wieder geholt hat nekro? also nochmal dasselbe nekro? hier ist einer in welchen container sind die? kleine in steuerrohre da musst du mal gucken im ersten drinnen sind sie ne das sind das träger im zweiten sind sie auch nie im dritten sind sie im dritten sind sie drinnen ahja nimm gleich mal ne ganze an für den mittelbrief ich muss ja noch ne treppe hinbauen oh stahl war klein ja gut schweiß ich da baue ich hier grad in der luft oder? ich weiß nicht was ist denn noch? ich spare hier das schiff aber schrott schon wieder geholt hab echt? ah ich sehe das gatling geschützt jetzt oben drauf hey die triebwerke hier in das cockpit das ist da sind wir alle die 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 und kacken lassen. Stahlrock. Bin ich drüber? Und? Bisschen vor. Gut. Und, ja. Ein Stück runter, hä? Ein Stück runter. Ein bisschen zurück wieder. Gut. Lass laufen. So, Verbinder, alles rauswerfen, an. So. Passiert nix. Musst noch alles einsammeln, an. Ah, okay. Also war sowas vorhin bei mir. Da müsste der jetzt kacken, rein theoretisch. So sieht's aus. Ah, nicht. Läuft. Ach, wunderbar. Super geklappt. Gleich zwei Schiffe. Dazu noch einiges an den Herzen. Ach, erst mal Energie aufladen hier. Ach, was mach ich denn jetzt schon wieder von dem Mist? Darf ich mal den Button drücken, auf Schiff umwandeln? Oh oh. Necro, haben wir Maschinengewehre? Ah, hier schreit nämlich gerade jemand, getrollt zu werden. Wenn ich das ins... Wo ist er denn da? Wenn ich das ins Surfer ab bin, von all das erzählen, ne? onto Malициwehre und meine Handdomen Gut, Gut.